Das Thema technische Gebäudeausrüstung ist kompliziert genug. Bauten brauchen intelligente Haustechnik. Einfache Lösungen für eine komplizierte Welt. TC ist der deutsche Spezialist für intelligente Haustechnik und hat mit TC Logo das Rohrsystem für die Profis im Handwerk entwickelt. Für die Baustellen dieser Welt. Hallo, ich bin Axel Steiner, selbstständiger Handwerksmeister mit eigenem Betrieb. Sie und ich wissen, wir können nur dann Geld verdienen, wenn wir effektiv und wirtschaftlich arbeiten. Und ich habe dabei kein Problem mehr, denn ich arbeite mit TC Logo und damit absolut wettbewerbsfähig. Das System ist universell einsetzbar, ob Trinkwasser, ob Heizung. TC Logo verzichtet auf teures Werkzeug und spart meinen Mitarbeitern 30% Montagezeit. Der Haken bei der Sache? Es gibt keinen. Weniger Werkzeug geht nicht. Rohrschere und Kalibrierdorn. Viel mehr ist nicht nötig. Und alles in einem praktischen Koffer. Nie war die Sanitärinstallation einfacher, professioneller, schneller. Ist das Rohr bis zum Anschlag in den Fitting geschoben, sind die Rohre absolut sicher verbunden. Kein Verpressen, keine Presswerkzeuge. Die Fachhochschule Münster hat das System untersucht. TC Logo lässt sich rund ein Drittel schneller montieren als herkömmliche Installationssysteme. TC Logo wurde speziell für den Einsatz auf komplexen Großbaustellen entwickelt. Das System ist robust, unkompliziert in der Verlegung und kommt mit wenigen Komponenten aus. Der Arbeitsablauf ist einfach. Biegen, schneiden, kalibrieren, stecken. Und sein wichtigstes Werkzeug hat der Installateur immer dabei. Seine Hände. Gerade in räumlicher Enge spielt das System seine Stärke aus. Mit vorgefertigten Montageeinheiten für Waschtisch, Dusche und Wanne beschleunigt TC Logo die Sanitärinstallation zusätzlich. TC Logo bietet alles, was ein professionelles Installationssystem ausmacht. Rohrdimensionen von 16 bis 50 mm und ein Fitting-Sortiment für jeden Anwendungsfall. Das Stecken funktioniert nicht nur mit kleinen Dimensionen. Auch Rohre von 50 mm werden einfach in den Fitting gesteckt. Ohne Werkzeug und ohne großen Kraftaufwand. Und TC Logo ist universell einsetzbar. Für Trinkwasser und für Heizung. Mit TC Logo können alle Leitungen im ganzen Haus verlegt werden. Auch Keller und Steigleitungen. Und wenn mal was geändert werden muss? Mit TC Logo sind falsch gesteckte Verbindungen kein Problem. Der Werkzeugkoffer enthält einen Demontageschlüssel. Damit lässt sich der Fitting ganz leicht wieder lösen. Danach können Fitting und Rohr sogar wiederverwendet werden. Das gilt für alle Dimensionen, auch für 50 mm. Dieses Lösen einer stabilen Verbindung ist einzigartig. Das kann nur TC Logo. Das Sichtfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe ist geschlossen, sodass Schmutz nicht eindringen kann. Und? Wie gefällt Ihnen das neue System? Überzeugend, nicht wahr? Das Stecken mit TC Logo ist schneller, günstiger und damit profitabler als alle früheren Installationsarten. Und Sie brauchen keine Presswerkzeuge, deren Nachteile wir auch kennen. Teuer in der Anschaffung, steuerlich aufwendig abzusetzen. Sie gehen kaputt oder müssen in die Wartung. Meistens dann, wenn wir sie gerade dringend benötigen. Und als Diebesgut verschwinden Pressmaschinen nur zu gerne. Auf Nimmer Wiedersehen. Bei TC Logo haben meine Mitarbeiter das wichtigste Werkzeug immer mit dabei. Ihre Hände. Das System ist übersichtlich und lässt kaum Fehler zu. Und sollte doch einmal etwas falsch gesteckt worden sein, gibt es einen Demontageschlüssel zum Lösen. Es gibt keinen Ausschuss, weder bei Rohren noch bei Fittings. Was Sie bei der Trinkwasserinstallation nicht benötigen, verwenden Sie bei der Heizung. Und das Ganze bei 30% Montagezeit ersparen ist. Meiner Meinung nach ist dieses System die Zukunft. Und zwar heute. TC Logo ist ein kompromissloses Profisystem. Mit TC Logo wählen Sie nicht nur eine zukunftsweisende Installationslösung. Sie setzen auch auf German Engineered Quality von TC. Das TC Logo Verbundrohr entsteht in zwei Arbeitsschritten. Auf hochmodernen Extruder-Maschinen wird das Innenrohr gefertigt. Im zweiten Schritt werden die Sauerstoffsperrschicht aus stumpf verschweißtem Aluminium und eine Schutzschicht aufgebracht. Die Werkstoffe erfüllen höchste hygienische Anforderungen der Trinkwasserinstallation. Das gilt auch für die Fittings. TC Logo Fittings bestehen aus dem Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon oder aus Messing. Für den Trinkwassereinsatz bestens geeignete Werkstoffe. Die Kunststofffittings werden am TC Stammsitz in Emstetten, Germany produziert. Modernste Spritzgussanlagen sorgen für höchste Güte der schlagfesten Steckverbinder. Strenge Kontrollen folgen der Produktion. Jeder Fitting wird einzeln und gewissenhaft geprüft. Alle Komponenten des TC Logo-Systems werden im eigenen Prüflabor mehrfach kontrolliert und getestet. Während und nach der Produktion. So stellen wir sicher, dass TC Logo allen Belastungen im harten Baustellenalltag standhält. Führende deutsche und internationale Prüfinstitute bestätigen die Dauerhaftigkeit und Funktionsfähigkeit des Systems und belegen das mit ihren Zertifikaten. TC bietet einfache und funktionelle Lösungen für die komplizierte Welt des Bauens. Machen Sie es sich nicht schwerer als es ist. Das Einfachste ist oftmals das Beste und heißt TC Logo.